Mit fast 300 Mitarbeitern ist das von Wilhelm und Michael Küpers geleitete Familienunternehmen Küpers CNC Blechtechnik in Meppen einer der größten eigenständigen Lohnfertiger in Deutschland. Zu den Kunden zählen alle Bereiche der industriellen Fertigung, wie zum Beispiel Agrarmaschinen, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie regenerative Energien. Drei ca. 120 Meter lange und kombinierte Stoperlager halten auf über 1.500 Lagerplätzen bis zu 4.500 Tonnen Rohmaterial für 16 automatisierte CNC-Stands, Laser- und Kombimaschinen vor. Von der Trumatik 7000 FMC über die 6 KW CO2 Einkopf- und 7040 Doppelkopflaser bis hin zu mehreren aktuellen True Laser 5040 Fiber sind alle Topmodelle der Trumpf GmbH aus Ditzingen vertreten. Die Programmierung dieses Produktionsbereiches erfolgt komplett durch WICAM PN 4000. Nachdem Ende der 80er Jahre die erste CNC-Stands-Nibbelmaschine und kurz darauf die eine CNC-Lasermaschine angeschafft wurde, erkannte Wilhelm Küpers, Geschäftsführer in dritter Generation, die Chancen dieser Technologie. In den 90ern wuchs der Maschinenpark und immer stärker wurde deutlich, dass die Vielzahl von Maschinen im Schichtbetrieb erst durch die Vernetzung von Verkauf, Auftragsverwaltung und Produktion ihr volles Potenzial entfalten können. Wilhelm Küpers, nachdem wir Erfahrungen mit verschiedenen CAD-CAM-Systemen gesammelt hatten, wussten wir genau, was wir wollten. Eine Lösung, die schnell und einfach ist, alle aktuellen und zukünftigen Maschinen unterstützt, sich an unser ERP-System anbinden lässt und vor allem genug Raum für Automation und eigene Ideen lässt. Ein befreundetes Unternehmen empfahl WICAM und so entschied sich Küpers im Jahr 2003, das PN 4000 zur Steuerung des Maschinenparks in der ebenen Blechbearbeitung einzusetzen. Sofort wurde sichtbar, dass WICAM die verschiedenen Technologien, Automationskomponenten und Sonderfunktionen der Maschinen nicht nur präzise ansteuern, sondern auch spezielle Produktionsverfahren, wie zum Beispiel das Rollen, Gewindeschneiden, Flycut, gemeinsame Trennschnitte oder Saugerentsorgung vollautomatisch programmieren kann. Die einfache, intuitive Bedienung und die exzellente persönliche Betreuung durch die örtliche Niederlassung haben auch die Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung überzeugt. Und bereits wenige Wochen nach Einführung sind alle CAD-CAM-Programmierer auf die Programmierung mit PN 4000 umgestiegen. Rückblickend war die Entscheidung für WICAM einer der entscheidenden Bausteine auf dem Weg an die Spitze der Branche. In kurzer Zeit wurden Verwaltung, Arbeitsvorbereitung, Produktion und Logistik miteinander verknüpft, sodass die Daten aus PN 4000 sowohl für die Vorkalkulation als auch für die Produktion genutzt werden. Bei Auftragserteilung sendet das ERP-System ABAS an PN 4000 die zu fertigenden Teile und erhält Sekunden später nach dem automatischen Nesting in Echtzeit den aktuellen Produktionsstand sowie regelmäßig die nötigen Daten zur Nachkalkulation. Michael Küpers Wir sind in den vergangenen zehn Jahren nochmals extrem gewachsen. Ohne den Einsatz einer leistungsstarken, flexiblen Software ist eine wirtschaftliche Fertigung auf dem erreichten Niveau undenkbar. Musik 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 Musik